Juhu? Buddy disconnected from your channel Ja für die M4 würde ich einiges gut Was ist denn der Server von denen? Das Scope haben? Ähm, ich hab... Ich hab ein doppeltes 60er Magazin User disconnected from your channel Jemand bedarf? Okay Also ich gehe ja aus mit dem einer das Scope haben wollte von eben, ne? User joined your channel Alle NPS jetzt, Leute Ich hab einen Handguard, braucht das jemand? Ähm, was ist der, ähm... Was für ein Zustand? Ist der Pristine? Obwohl, ne, komm, egal Ne, ich schmeiß weg, ich nehm lieber den, den der Spoony mir gegeben hat Weil da kann ich eventuell noch nen Tag Light dran machen Trotzdem danke, aber... Brauchst du dich mitzunehmen dann Ich hab sowieso immer im Inventar von daher Na ja Ich hab nicht gewusst, dass das Red-Bot liegt noch hier am Boden Boah, wo? Munition braucht irgendetwas Braucht dann irgendwer von euch oder sowas? Blei anbauen So der ist das, ne? Ja, ich hab Damage noch doch nicht Ich nehm mal mit Guck mal, ob das geht Na ja, es geht noch, kann man nehmen Na gut Freddy? Mhm So Sind jetzt alle im PS von der ganzen Gruppe hier, oder? Wie viel sind wir denn? 10, 9 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 11 Na cool, dann Muss gleich den Kanal mal dran Ach, ich wusste gar nicht, dass ihr einen Kanal habt Tja, aber meinte doch ein bisschen obi-mäßig Muss aufs. Hast du… Kann ich mir doch gerne mal angucken Guck! 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 Jaa. Egal, Hauptsache Na ja, ich krieg dann mal angucken Hauptsache, einer von uns kriegt den Link Weil wir bauen uns grad ne Homepage zusammen Für Klop, die Affenpuff Und dann… Schönen Finde ich geil Dann kann man sich das ja mal reinziehen Genau 10 Leute Sollte ich gleich Musik anmachen, ne? Am besten A-Team oder sowas. Unser Maximum war 2 Leute, oder? Unser Maximum war 7 Leute. Ja, wenn von uns mal alle online kommen, wären wir bei 11. Was ist das denn? So, dann lass uns mal Elektro töten gehen. Ich bin auf dem Weg. So, dann lass uns mal langsam los. Ein bisschen aufteilen und dann... Meine Fresse. Der erste ist meiner. Du musst mal auf der Straße und dann dieses langsam gehen machen. Oh ja, nicht so schlecht. Warte mal, wie binden das? Übersteuerung. Am besten mit gezogener Waffe, das sieht richtig geil aus. Ich kann das gar nicht machen, oder? Wenn ich zwei Waffen habe. Doch, Steuerung musst du gedrückt halten. Übersteuerung mach ich. Ach so. Ah, jetzt ja. Und jetzt Trader Hell Musik drauf. Das ist doch geil. Also, ich komm von rechts von der Gruppe und lass gerade weg. Ja, respekt. Die haben wir ja in der Hose. Mal gucken, ob meine Frau mal keine... Wenn ihr das Video habt, schickt mir mal den Link und dann mach ich mal ein bisschen Werbung. Ne, na ich sag nur, die Werbung von Moondai, ne? Wo sie auch die 3,5 Stunden durch Ciano ganz langsam durchlaufen, von oben nach unten. Wollen wir wirklich so durch Elektro durchlaufen? Meine Frau. Ich schaff nicht. Ich würde Elektro von allen Seiten infiltrieren, nicht direkt alle von einer Richtung. Also, ich würd jetzt auch noch heut gerne in Elektro-Mann kommen, also. Ja, ich würd auf jeden Fall auch lieber. Mit seiner Bauern und Lagerfeuer vom Kantenhausen würde es machen. Sieht schon so ein bisschen krank aus, ne? Im Himmel, gleich strömiert und dann wird er ein bisschen gefundelt. Können die zwei hinter uns zu uns? Ganz hin. Wir sollen warten, rufen sie. Ich glaub, die gehören zu uns, ja. Ja, ich denk auch. Juhu. Die Hälfte wahrscheinlich. Es sind ja noch mehr drauf. Ein Drittel auf jeden Fall. Zehn sind wir, ne? Ja, der Rest der oberen MTS ist ja auch hier drauf. Ja, der Rest der oberen MTS. Also, die Chance, dass jemand hier noch PVP gerade macht, wird sehr gering. Und wenn, dann hat er gelitten. Jetzt schon, ja. Scheiße. Alter, das ist so mega neid. Jetzt treff uns dann mit den anderen. Könnt ihr euch mal bitte irgendwie alle so hinstellen? Davon muss ich unbedingt die Queensers machen. Noch mal. Okay. Na gut. Ich glaube, den gibt's mega lecks. So mehr Leute auf der Stelle sind. Also, ich bin auf den Schienen geblieben. Ich laufe an den Schienen weiter. Weil's mich auch noch verliebt. Moment, Moment. Ähm, ich fühle dich. Ich fühle dich. Ne, seid ihr mit dem neuen Patch nicht mehr. Dankeschön, Dankeschön, sehr nice. Dankeschön. So, auf nach Elektro. Äh, die Kamera hoch. Moment. Ist das ein fauler Haufen da. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich noch mehr so Fotos machen, kommen wir gar nicht an. Äh, ich muss mich jetzt leider auch mal hier ausloggen. Aber ich denke mal, ich bin gleich wieder da. Ich denke mal, es wird keine Schwierigkeit sein, euch wiederzufinden. Ne. Ne. Jetzt nicht mehr. Guck einfach nach nem Riesenhaufen, die Molle dann ständig irgendwo in der Gegend bleiben und Fotos machen. Genau, genau. Jetzt bräuchten wir alle ein blaues Barrette. Ja. Ja, wo kriegt man das denn her? Military Ways. Military Ways. Ich hatte fast noch eins mitgenommen, aber... Ich hab nur ein grünes. Ne, ich hab meins passend zu meiner Hautfarbe gewählt, deswegen... Ich hab noch ein schwarzes, aber jetzt hab ich mich ja gerade ausgeladen, aber das kann ich nachher gerne abgeben. Also, ein blaues kann ich nur abgeben. Ich hab knapp noch eins mit mir rum. Der hat erst die Hand zu drüber. Mal gucken, wie weit ihr es schafft in 20 Minuten, dann ist es gleich. Also, ich stehe jetzt hier an den nächsten Ohren. Also, bis jetzt sind Elektro nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Gell, Kevin? Ja, wir hatten aber auch schöne Feuergefüchter. Ne, ne, ne. Die bringen eh noch nix. Es ist eh noch so vorgegeben. Jetzt gehen sie ja. Ach, da oben rennt ihr. Warum hab ich eigentlich immer eine Chinesin? Ja, da musst du erst eine Batterie reinmachen und dann funktionieren die Chinesin. Ne, nur bewusstlos. Tote, oder? Tote? Geht auch? Ja, ich konnte es noch nicht probieren. Ich bin jedes Mal vorher weggeschossen worden. Hm. Red ich nehme auch mal mit auf, ne? Zwei Perspektiven sind noch besser. Ach so, ja, gut. Ihr seid jetzt alle auf dem Berg links, oder? Hm. Okay. Der Admin läuft jetzt durch Industrie. Hm. Ich hab einen Munitionskoffer dabei, aber ich weiß nicht, wieviel er drin ist. Meiner ist voll. Wird checkern was denn? Ich hab so nix hin. Wir haben die schon mal, einer hat sich geopfert, der hat mit der Axt draufgehauen. Der hat sich draufgehauen, das ist ja nicht passiert. Ja. Ja, warum Munition verschwenden? Weil ich es genau brauche ich zum Beispiel. Das ist halt das Problem. Denkt halt jeder, jeder schießt auf jeden irgendein. Ey, dieses Gestampfe und dieses Huste und Gekeuche, ne? In jedem, überall, das geht mir so auf die Eier. Wahnsinn. Wie so ne Kuhherde, ey. Ja, das ist echt fast schlimm, das geht nur noch was für Grasessen. Wir könnten ja ein kleines Päuschen für'n Foto wieder einlegen. Wir könnten auch mal Verstecken spielen, Jungs. So ich, Georg, weil er muss ihm weiter hoch auf dem Werk am besten. Okay, ich bleib' gut, Volk. Ich glaube, wenn er in der Leech im Camp die Krippen herzuschalten. Warum hast du Kevins eine Perspektive zur Not? Was machen wir denn? Er schießen, dann fragen, oder erst fragen, dann schießen? Oh, gar nicht, gar nicht. Je nachdem. Je nachdem. Je nachdem, wie sie sich verhalten. Die mit den Mosins bleiben außerhalb der Stadt irgendwo. Verbarrikadieren. Ich bin eh schon in der Stadt drin. Ich schreibe die erstmal ein. Wenn mich einer erschießt, habt ihr die Chance. Könnt auf alles ballern, was sich da drin bewegt. Aber anschreiben müssen. Kopieren. Kommt jetzt auf euch zu, bin jetzt vorm Supermarkt auf der Straße. Das Schöne ist, man legt sich auch gerne mit den anderen, ne? Wahrscheinlich hätte sie sich deswegen ausgelockt. Ey, ich bin ja vorhin, vor euch habe ich mich hier extra nicht angeschlossen. Bin im Gras geblieben, weil ich dachte, ihr knallt mich sonst ab. Und da wart ihr noch in einer 6er-Gruppe. Ne, 5 waren wir heute nur. Ich hab 5, ja. Wir sind alle hier unten in der Schule. Also jetzt nicht auf jeden Fall ein Bambi ausgekippt, äh, neu equipt, weil hier liegen seine komplette Hose, Schuhe und Taschenlampe. Ach, da war ich gerade. Jetzt bin ich in Schärnung. Der war früher am Bahnhof, der dann reingelaufen ist. Da, hier steht einer. Ja. Der ist am Bluten. Oh. Ja, der ist tot. Der ist tot, ja. Warum hat denn der noch... Oh, der TTSKO-Jacke. Schön. Aber ruiniert. Also, der... Und wer ist der Sox? Hey, der lebt doch noch. Ne, ne, das ist der Bug, das ist der Bug. So. Der Sox gehört zu euch, oder? Ne, ne. Ach, warum mit der Axt? Die Axt bringt nichts. Hier, geht mal weg. Der Sox? Der geht mal weg von dem. Oh, oh. So, jetzt ist er tot. Okay. Das war die Kriegs-Aktion. Vielleicht war es Sox gerade da hier. Ach, wo? Ich habe aber noch Munition. Das geht schon. Dann war das wahrscheinlich den, den wir gesehen haben. Ja, aber war der... Ich habe ihn nicht gesehen. War der nicht ein bisschen besser equipped? Ich meine, theoretisch wurde der wahrscheinlich gelooted. Ich meine, der müsste ja theoretisch... Der müsste ja mindestens mal einen Rucksack haben. Ich meine, du rennst nicht mit Feuerwehr-Axt rum, RBC, die SKO-Klamotten und hast keinen Rucksack bei. Ne, ne. Der wurde gelooted. Der Sox gehört jetzt nicht zu euch, oder wie? Ne. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe den gerade nur gesehen. Das war ja wahrscheinlich der, der den erzählt hat. Da kann der noch schreiben? Theoretisch, ja. Solange du noch im Spiel bist, kannst du noch reden. Hm. Außer du bist tot. Warum haben wir nicht eigentlich versucht wieder zu überleben? Zombie hinter uns? Weil der wahrscheinlich... Der ist eh schon verblutet. Also der hat äh... Diesen oder... Axt? Ne, Axt. Ja, wobei, du könnt... Hm, würde ich aushalten. Danke. Bitte. Hier sind noch ein paar... Ein hübsches Paar... Schuhe! User joined your channel. Military Boots. Blue Rock in Pristine, wenn einer braucht. Wo? Ach, ich dachte, ihr macht es. Ja, warte, ich gebe sie ihm. Ja, beruhig dich erstmal, schreibe ich mich nicht an. Beim Anton. Ich bin grad beim Anton. Ach ne, das ist halt der Anton. Hallo, ich bin hier. Ja, hallo, ich bin hier. Der Admin wird sich Richtung Ciano begeben. Ja, wo seid ihr? Da komm ich aber mit. Hallo, der... Der wird so wild mit seiner Waffe rumwurmtelt. Es ist mir hier. Juhu! Okay. Oh, bei mir legt's grad. Ich bin irgendwie inzwischen zu langen. Der ist wie Lambertanzino. Sox ist immer noch bei uns. Wer ist denn Sox? Ist denn dieser Sox? Ich hatte grad Handschellen gehört hier irgendwo, aber... Oh, ich hab... Komm, sie hofft hier hinter mir. Gruppe Lucas, wo seid ihr? Ja, äh, bei dem Farbigen. Bei dem Farbigen. Ich seh ja gar keinen mehr von euch. Na hier. Wir stehen doch hier als Gruppe. Pass auf, Gruppe. Ja, bei mir ist Gelächs. Klingt mir leid, bei mir hast du nicht. Die Gruppe, da wo ich gleich mit dem Händler rumfuchtel. Von mir hat's Gelächs. Bei mir war keiner von euch klar. zero, aufges hab ich da, mit nem ehig. Ich hab mich liter. hopefully auf zu irrespons eight�laus drin.